so leute da sind wir beim nächsten video wir gucken uns an kalte im collector booster ja wie gesagt collector booster sind aktuell so ein bisschen bisschen wieder im gespräch bei ganz vielen leuten deswegen dachte ich ja gucken wir uns mal ein paar auch stimmt die waren so gefadet zum anna 2 2 death nel berserker wenn er stirbt und der stärke 2 oder mehr war kriegen wir ein 2-2-zombie das heißt er muss irgendwie eine plus 1-1-power kriegen was glitzer das stalenheim cruiser drei männer 2-2 fliegen alle faktor und verzauberung kosten ein männer weniger zum spiel stark oh ja stimmt snowland kommt getappt ins spiel tappen für ein schwarzes oder rotes und kann man halt fetschen sehr stark mist of the lid yard zwei männer flash aura entstand creature oder vehikel man kann damit ein auto verzaubern und die verzauberte kreatur kriegt minus 3-0 dann haben wir noch flott yard fort das ist das artefakt das land war fakt snowland in rot und blau poison the cup poison the cup ist auch gleichzeitig die promo gewesen wenn mich alles täuscht drama instant wird zerstörende kreatur wenn diese kreatur dieser ding fortellt wurde scry 2 mit fort eigentlich ein guter spiel warum wird er nicht gespielt ich bin mir nicht sicher dann rune of mortality ohne rune zwei mana wie enchantment permanent ist wenn die spiel weg kommt ziehe mir eine karte und das verzauberte permanente hat solange es eine kreatur ist death touch und wenn es eine equipment ist hat die ausgerüstete kreatur death touch oh snow cover swamp die ist hübsch dann haben wir vier jahre retribution ich habe vergessen wie kacke diese aus kaltheim waren zwei weiße ein schwarzes ein farbloses ist einfach nur ganz normale rare ohne irgendwas nicht aus den commander decks was ist eine saga erste saga teil ist wir kriegen vier vier engel mit fliegen wachsamkeit zweite saga ist bis zumindest zu ist kriegen engel tappen wird zerstören kreatur die stärke weniger der stärker der power hat und ja im dritten kriegen alle engel doppelschlag ah nee das erinnert mich daran dass das hier in diesen komischen farbbustern glaube ich war deshalb old grove troll drei mal vier vier trampel wenn er stirbt und es eine kreatur war können wir unter unsere tolle zurück ins spiel bringen als eine orange haben indian forest kontrolliert verzaubert ja genau denn channel forest hat tappen für zwei grüne oder einmal nach wir opfern dieses land und kreieren diesen troll warrior token uhr altruhen voll auch hübsch kommt getappt im spiel tappen für ein grünes und solange wir sechs oder mehr länder haben haben alle länder tappen für ein manöblicher farbe und für ein double wooburg können wir den opfern unser deck nach irgendeiner anzahl an götter karten durchsuchen und sie in spielfeld bringen stark dann haben wir kadur doom scourge vier mann auf vier drei wenn der in spielfeld kommt wie kann der jedner bis zum nächsten zug ist mit mir muss der jedner in jedem ist zug angreifen mit allen kreaturen die er kann ja und naja wenn es möglich ist greift er einen spieler an der nicht ihr seid das ist im multiplayer natürlich richtig nice und immer wenn angreifende kreatur stirbt verliert der gegner ein leben du kriegst dein leben okay birgi gott storytelling drei 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 immer wenn man einen spell castet kriegt man ein rotes mana und das ist nicht in steps und faces verloren das stark kreaturen mit post an ihr könnt zweimal geboostet werden pro runde sehr sehr stark und wir haben das hörnchen das hörnchen sagt wir fünf mana spielen wir können karte abwerfen die obersten zwei karten und das text exilen und eine davon spielen sehr cool und dann haben wir morit of the frost diese artworks ich liebe diesen rahmen zwei blaue ein grünes zwei farblose 0 0 mit changeling und der kann im spielfeld kommen als eine kopie von einem permanenten außer dass es eine legendäre snow permanentes ist und ja wenn es eine kreatur ist kriegt es zwei zusätzliche 1 marke und ist changeling stark shapeshifter snow legendary snow creature und wir haben ein allruined god of the cosmos mit dem rahmen auch schön fünf mana 1 1 allruined kriegt plus 1 1 jede karte in eurer hand und jede karte die ihr forthält habt also die maxi liegt und zu beginnen eures end steps könnt ihr einen kartentyp wählen dann könnt ihr überste karte was in zwei karten aus text vorzeigen und alle karten mit dem job mit dem typen den ausgesucht habt auf die hand nehmen der rest geht unter bibliothek und auf der anderen seite habt ihr einen raben und zwar hk wiser ring raven 20 23 fliegend wenn der im gegner schaden zufügt wird er zug auf die hand gemacht und wir machen scry 2 sehr cool und ein angel warrior 4 4 fliegen wassamkeit und ein treasure token mit einem print line ja sehr sehr cooles kaltein booster glaube ich ich hoffe ihr seht das genauso wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexit tschau tschau